Jo Leute und damit willkommen zurück zu Parawelt mit dem Flash Mit Centos, hallo, wink wink und hallo Libelle So nicht treffe Wechsel, wechsel, wechsel Wechsel, 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 die so nicht treffe, weil ich dumm bin So Ich jump jetzt zu meinem Vorhaben, was ich noch vorhatte Bevor wir aufgehört haben Ja Ziemliche Libelle Hier am Block Ja wenn die neben dir ist, dann hörst du so Zum Sub Klatsch, 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 klatsch gehört Als irgendwo wieder gegengelaufen ist, die blöde Kuhli So ich brauch zwei da Ja vor der Aufnahme Tsunami noch gestartet Ja und wir waren am schlafen Weil wir da clever waren Danke Modpack Was er echt genutzt hat Ja Tim hat dir Einiges zugemacht schon Was zugemacht Mit der Erde Da wird ja auch sonst dann irgendwann zu viele da Der nutzt die aber auf jeden Fall für irgendwas Ja er sagt sich ja Sind da hinten jetzt Monster? Nö Warte ich guck mir das jetzt auch mal eben an Warte mal ich komm mal eben mit Da schien Aua Oh das geht eigentlich mit dem Monster Jetzt sind Pelikaner gespawnt eben zwei Stück Ja er hat ja irgendwas damit vorgehabt Du scheiß pelikaner bin ich auch nicht Er wird halt die Erde so runterziehen lassen Dann irgendwie glaube ich Wasser oder Lava da unten hin man Keine Ahnung Ja der wird lustig Wenn der an so einem Haus spawnt der Big Golem Du kannst ihn jetzt schon Kämen mit dem Bumerang Klar Ich stacke Danke du Sack Ich hab mir aber Ich hab mir momentan Aber ich stacke Ähm Gibst du mir mal Mal ein Bumerang wieder Nö 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 Aua Äh 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 Ich hab mir zugeworfen Hab ich Was glaubt er mir wie XP Deswegen hab ich auch den Bumerang da gerade hingeworfen Und der rennt da natürlich rein Der Sack XP for the win Penner ey Mal gucken was das wird Ah Was hat denn der hier Klar der Bumerang ist auch irgendwie so ein bisschen OP ne Äh Waa Wurde grad von dem Night Quarter gekickt Ja Ah Hahaha Ich hab mich grad voll runter gekickt ey Lach nicht so behindert Irgendwas ist hier grad explodiert Es kommt auch noch ein dämlicher Pelikan ey Aber das sind die nervigsten Und um mich rum fliegen grad die XP rum wieder Ja geil Das ist wunderbar geil Das nervt Nehmen wir mal den kleinen Geheimweg hier auf Ist schon wieder was explodiert Boah wie das Gewitter grad nervt ne Gewitter Wo Noice Ja Gewitter Brauch nicht Schon wieder Schon wieder Enderperl Das lästige Mistvieh jetzt mal runter und springt mit runter halt Aha Und verreckt natürlich was vorbei springt Okay das ist natürlich doof Schade um sie eigentlich Nicht um dich Oh La da Bi da Ich hab einen Knall Den hast du sowieso Tipptipp Oh Und das war ein Fail Zwei Redstone Fackeln und einen Redstone und ich hab schon wieder zu wenig Redstone Wenn ich heiße Skorpion kommt und nicht wieder runter geht Ne Lach nicht so viel Ähm Hab ich doch hab ich gelacht Nein Würde ich doch Würde ich schon nie machen Ich hab du viel Nein Das würde ich doch Würde ich mir doch nie erlauben Bitte dich Nein Du behindest doch nicht Hallo ich würde mir das wirklich nicht erlauben Ich hab Anstand Nein Du Ach sicher wer sonst außer ich Wann ich Ich hab ihn doch nicht mehr Jonas Schade Guck Der Nightcrawler mich eben versucht hat zu treffen und vorbei gesprungen ist Guck Guck War ich nicht Klar Du darfst dir überlegen Hi Isaac Guck Guck Jetzt mal weg hier. Warum? Mach ich sonst gleich verreckt. Ach man. Okay. Da drehen sich die Wassermühlen hin und her, hin und her. Kann ich das an der Decke klatschen? Ist ja mal geil. Aber das schwebt jetzt. Na ja, genau. Das war jetzt mein Problem. Sollte nicht schweben. Oh boy. Macht der Block sich jetzt anders da oben? Du bist so doof. Nee. So doof. Nee, der Block sieht nicht anders aus. Okay, das ist schon mal perfekt. Von da nach da. Boah, wie das netter nervt gerade, ey. Da nach da. Oder mach ich das an der... Man hat das woanders dran. Das glaube ich, das sieht dann besser aus. Das wird dann... Okay. Geht jetzt gerade nicht viel von mit, aber es ist halt... Es hat immer, das Regen ist bei Minecraft schon so der... Der Endgegner auch 5 gewesen. Ja. Wobei... Ich würde auf 1% gestellt haben, ne? Mal reden, oder was? Oh, halleluja. Genau. Du hast es gerade auch gelesen, ne? Mhm. Ja, GG. Geh zu dem Genius. Jetzt frag ich mich das Redstone, was ich an der Decke packen kann. Ich glaube nicht. Es geht leider nischt. Ich hätte gerne das Ding irgendwo... Left the game. Weg ist er. Schon sogar in dem Motto, gar keinen Bock. Habe ich lieber ab. Okay, ich lieber. Ich weiß jetzt nicht, ob er den dann... Hm? Ja, ich habe gerade den Redstone Breaker. Jetzt kann ich den aber irgendwo hin, wo ich will. Aber der sieht halt immer kacke dann an der Stelle aus. Also so wie du. Also ungefähr wie ich. So ungefähr wie ich. Oder setze ich den schon nach oben hin? Hm. Halt so wie ich kacke bin. Okay, wir probieren es aus. Wir machen das so hin. Yo, irgendwo ist gerade ein List wieder eingeschlagen. Ich will so nur rums. Rums da dämpb dämpb dämp. Machen das so hin. Okay. Off. On. Off. Off. On. das wird ja nicht mal aufhören endlich habe ich hier eine wasserstation das wäre ganz lustig ich habe in jedem haus einfach ein trinkbecken hänge warum weil du gelitten hast ich weiß dass ich gelitten habe tut mir aber gar nicht leid danke für den goldenen abfüllen jetzt genere ich jetzt hier herzen aus keine mehr ich hatte nur noch zweieinhalb ich würde interessieren ist die maschine jetzt an oder nicht wo ist denn das voltometer da er ist jetzt an es hat immer so mit dem mit den on off hebeln ist das halt immer so ein bisschen banane durch schule shelly noch mal gucken ist jetzt da ist okay das stimmt da muss eine da muss eine presse drunter die bitte weg nein ich will mit dir nicht verließe es wird dir keine liebe machen ich möchte mit dir gar nichts machen doch stehst du auch wenn man da brauche ich noch eine metallpresse alles klar machen wir uns die auch mal ich hasse regen ich hasse blitze besonders in minecraft ist ja so gar nicht ist ja so richtig fördernd für minecraft ja war so richtig wie auch dann die ganzen endermäder in der hütte sind was ist denn los hier ist ein blinder endermäder schön blinder eierkopf du wo ich denn meinen ganzen stahl schlagte eierkopf einfach zum endermäder glaubst du nicht ist doch ein eierkopf der kopfkopf der das ist zinn ne das will man nicht aber noch stahl fatti bauchstahl pappi braucht stahl pappi braucht man nicht mehr ne presse doch press die ist das da und dann brauchen wir glaube ich die metallgears für irongear pappi 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 war ja wohl nicht zum bau gell pappi 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, Potion Und Fall Potion Geil Ne, weg, Wasser Wasser Potion Ach, Wasser Potion Ich trage immer wieder meine Flasche Ne, war auch in meiner Flasche, du Keks Darf ich mal kurz was probieren? Was willst du denn? Freshwater geht nicht Okay Okay, fuck my life, er hat zu wenig Ein Mana müsste noch funktionieren Dann würde er noch einen produzieren können, ein bisschen Wie viel braucht er denn daraus? 300 Millibucket oder so? 300 Millibucket geht eigentlich so viel Dass er so viel produziert davon Das Fleisch ist egal, oder was? Das Fleisch ist egal Ich glaube, du willst eine extra Smelltree dafür bauen, ne? Genau, dafür will ich eine extra Smelltree bauen Und zwar eine Smelltree, wo einmal Blut ist Und einmal wo Mana produziert wird Die mit Channels in einer extra reinkommen Weil du kannst nämlich nochmal Ein Signal um Nämlich nochmal nehmen, dass du Inva machst Da brauchst du 32 Millibucket Inva Plus 32 Bucket Inridium Da kannst du Inva bucket machen, dann kriegst du 20 Leben wieder Plus 100 Magic Okay Ich habe mich gerade gewundert, warum er nicht Liquid Ender genommen hat Aber das ist ja nur Liquid Ender Du brauchst ja Liquid Inridium Da brauchst du halt Gold und Mana Ja, aber pfft Und dann kannst du nämlich das Mana in zwei Wege auspumpen So wie du es haben willst Deswegen gibt es ja zum Beispiel Hier habe ich das ja oben auch Siehst du, oben die beiden Ausküsse Da kommt immer Lava rein Wenn ich Lava, wenn ich Obsidian herstellen will Dann pumpe ich da Lava und Wasser rein Links und rechts mit so einem Ding Oh, Skelett Jetzt machen wir bitte noch einmal Das, dann hätten wir eigentlich Wenn das brennen würde Okay, 8 Nuggets Das wird glaube ich nicht reichen, wenn er die auch noch einfüllt Oh doch, eine Flasche hat es dann gereicht Wir haben vier Flaschen Okay Da ist ja was gar nichts Das kriegen wir ja schnell hergestellt Wie viele Flaschen Kaum Leben Naja, ich bin halt wieder voll dadurch Du bist halt wieder durch voll, das ist ja das Gute Hast du eigentlich schon eine Braustadt Aber mit Freshwater gibt es nicht Weil ich hätte mich gewundert, warum man das nicht genommen hat Aber dann guckte ich, okay, Wasserbottel Und darunter hat halt diesen tiefen Ausfluss gemacht Deswegen war das ein bisschen komisch Ach so, na dann Alles klar Hast du da rechtlich aufgefüllt hier alles? Nö, nö, nö Deswegen kommt das komplett abgesicherte Lager Okay Wo eigentlich immer Bis ich irgendwann sehe, wenn Block irgendwo sind Jetzt gehen wir noch zur Maschine Hängen da meine Werkzeuge auf Könnten wir eigentlich, wenn du Lust hast, beenden Damit heute nicht so lang wird Ist auch gleich schon eine halbe Stunde Genau deswegen habe ich nämlich gerade auch geguckt Deswegen habe ich jetzt noch die Werkzeuge aufgehangen Komm zurück, guckt, dass der Industrialhemd eigentlich läuft Könnt ihr eigentlich einen Chunkloader hinstellen Mal einen Chunk Haben wir sowas wie einen Chunkloader? Ja, klar Den Isivation Warfare Keine Ahnung, wo der drunter ist Der Chunkloader Da könnte man sogar einen herstellen Geil Gucken wir einfach ins Buch rein Was gerade auch immer meint ist Na, wir können ja einen Chunkloader erstellen Achso Ja Einfach nicht nach Recipe, sondern nach Chunkloader suchen Flight Tower Drafting Station Ah Curry Chunk Update Ne, das brauchen wir nicht Nö Na, Curry haben wir ja Large Query Update Weißt du, was heißt der denn Ach, der ist simple Ja, was wir eigentlich alles an Sachen haben Überhaupt, ne Da, simple Chunkloader Da müssen wir Mathematics herstellen Engineering Alles klar Alles klar Ja Mathematics Was kosten das Ach, Notenblock Das kostet ja fast gar nichts Immer Geht ja alles Könnte ich bei der ruhigen Minute alles fertig erforschen Haben wir alles So, wenn du magst Gleich Können wir hier an dieser Stelle beenden Geiltränke sind von sicher Ne, da kommt noch eine zweite Schmelze Geiltränke macht Aber ob ich das hier hin mache Extra Oder erstmal da drin brennen lasse Und dann mal irgendwie so ein kleines Gebäude dafür erstelle Wo wir Oh, ja, ich tue uns in eine Town Hall rein Ah, ich weiß, was ich mache Ich weiß, was ich mache Müsst du sowas nicht eigentlich ins Magier-Zettel rein? Nein Ich mache es ganz anders Ich erkläre das gleich Wenn die Aufnahme zu Ende ist Ja Hallo Hallo Ich bin da Rot Hallo 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 Na, kleine Fliegermann Komm, wir können hier Hey Komm, wir hier bin Ja Mit deinem Fliegermännchen Ah 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 Nein, 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 nein Ah Nein, 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 nein Ja Dö, 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 dö Brrrr, 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 brrrr Ja, dank dem Wetter habe ich jetzt den Turm nicht weiter geschafft, was ich eigentlich machen Wollte Ja, toll, danke Wetter Bitte, Centos Na, hat vielleicht mich auch abgelenkt Warum? Ich habe doch gar nichts mit zu tun gehabt Doch, du hast aber was damit zu tun Na, ne Emma Nein Doch Äh, äh Doch Nein Doch Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal Bei Parabelt Mit die Flash Mit Centos Das war's Tschüss Äh Pfff